Leute, bald ist Wochenende, gleich gibt's nochmal Taff und wir haben diese Themen. Jürgen Klopp, King of England. Gestern Abend steht es fest, Liverpool wird nach 30 Jahren wieder Fußballmeister der Premier League. Wie sehr die Briten unseren Kloppo feiern? Gleich. Außerdem Massenansturm auf britische Strände. Am ersten heißen Sommertag zieht es tausende Engländer nach Burnmouth. Sonnen und feiern, als hätte es Corona nie gegeben. Warum die Polizei sogar einschreiten musste? Das und noch viel mehr gibt's gleich hier bei uns. Viel Feiern heute, ne? Bis gleich. Oder kostenlos auf Join.